hallo es ist jetzt 5 uhr 33 und mir ist leider was passiert was wahrscheinlich den meisten von euch schon passiert ist und zwar die festplatte ist abgekackt und ihr habt zwar hin und wieder mal eine sicherheitskopie gemacht aber sind doch ein paar sachen weg und ein paar sachen bedeutet halt bei mir das sind meine ganzen letzten videos die ich aufgenommen habe das bedeutet ja die komplette algenfarm ist weg das heißt die ganzen interviews und die führung der algenfarm war ein richtig geiles video vom sonntag ist weg dann vom rohkost potluck die videos zum glück habe ich das rohkost potluck video ja zuerst geschnitten allerdings zum beispiel die das interview mit den mit den königen von deutschland als was so geil das war so geil aber es ist leider weg und ja dazu halt im endeffekt alle meine meine gesamte liste von ideen was ich ja was ich an video ideen hatte das war jetzt knapp über 700 ideen die ich mal aufgeschrieben habe da habe ich halt alle auf dem desktop gespeichert und desktop gespeichert die festplatte ja die ist leider kaputt und das ist übrigens eine ssd gewesen also eine so tolle festplatte und die nie kaputt geht und nach zwei jahren und ich habe nichts gemacht mit dem war nur im computer drin ist sie kaputt das war die evo samsung 640 glaube ich auf jeden fall ja ich bin sowas von bis ich habe jetzt glücklicherweise ich wusste nicht dass eine festplatte liegt der computer ist nicht mehr hochgefahren und habe den computer auseinander genommen und wieder zusammengebaut und habe nur ohne ich gerade zurzeit eine komfortable finanzielle situation und bin eigentlich recht froh dass der computer wieder läuft mit einer anderen festplatte jetzt und ja aber es ist halt zum einen halt das geile wochenende mit vielen richtig tollen videos dazu halt generell alle programme alle settings alles ich kann es noch gar nicht alles überblicken was es war aber naja ich habe minimalisiert es ist wie es ist ich lasse euch daran teilhaben an dem ich muss euch daran teilhaben lassen weil zum beispiel mit dem könig von deutschland habe ich euch heute in dem video heute früher noch gesagt das hatte ich allerdings schon am sonntag geschnitten dass es dann noch was kommt und es ist ärgerlich es ist einfach nur richtig richtig ärgerlich aber das sind emotionen und die gehen vorbei gut also wundert euch nicht dass es irgendwie das alles konfus wird in den nächsten tagen und vielleicht auch ein bisschen anders alles keine ahnung ich muss mich erstmal eingerufen und weiß nicht ob ich heute noch schlafen gehe aber naja die videos für die nächsten zwei tage habe ich schon online das heißt da ist nichts und ich muss erstmal wieder klarkommen das wollte ich euch noch sagen also ja erstmal also die die könig von deutschland kommt nicht das eigenvideo kommt auch nicht silke tut mir auch leid weil ich habe es aufgenommen für uns beide und leider ist nun weg und die silke hat nun auch keine algenvideo wir haben tolles interview mit dem jörg gemacht und ja muss ich das silke noch beichten und aber ich meine ich kann ja nix für die scheißplatte abkackt ja und die vielen ideen 700 ideen aber egal an ideen hat es mir noch nie gemangelt naja naja goodbye guten nacht guten morgen ich weiß nicht